Ich habe mich heute auch verletzt, ich habe es vorhin schon gezeigt. Ich habe heute einen Löffel aus der Spüle genommen und habe mich an einer Gabel verletzt. Verletzungen, die nur mir passieren können. Klassiker. Ey, geil, Alter. So, wenn man in so einem Alter ist, wo wirklich einfach nichts mehr im Leben passiert und du einfach überall einfach Stress suchst. Digga, da freue ich mich so drauf. Ich werde ja der größte Knecht auf Erden werden. Das wird so geil. Ich werde meine Nachbarn so terrorisieren, Digga, bis die ausziehen. Einfach nur, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Es wird so geil. Dann ist es auch egal. Es ist auch egal, ob du in so einer Doku, als der letzte Knecht dargestellt bist. Es ist egal, du schubst eh in zehn Jahren oder so. Es ist auch geil. Es ist das perfekte Alter, um alle abzufangen. Am Garten schauen aufeinander. Es ist optimal. Ich hätte so einen Atze, der so rumläuft und die falsch parkenden Autos einfach hochnimmt. Einfach nur, um Leuten das Leben zur Hölle zu machen. Digga. Und dann streame ich das auch noch. Boah, Junge. Premium Shit. Schau dich noch nicht lange, aber bist voll korrekt.